Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es ein ganz spezielles Video und zwar das 100 Abonnenten Special. Heute sind wir mal zu fünf unterwegs und machen Unsinn. Entweder arbeiten wir oder stellen irgendetwas an. So, also heute spielt mit der Maxi, grüße gehen eigentlich raus, meine Schwester auch an dich, der Helkomiklo spielt auch heute mit, auch grüße gehen auch dich an raus und an den Effe. Herzlich willkommen und grüße gehen auch mich. Abonniert gerne den Maxi, der heißt Bir, die Maxi und meine Schwester heisst Tokahadia. Und ja, ich würde sagen, er tut schon Pylone aufstehen, weil es heute sehr gefährlich wird und ich würde sagen, los geht's. Ich schreibe mal, was sollen wir tun. Ups. Tun. Also, wir sind hier noch mit den Autos mit Mercedes. Pol. Er schreibt Pol. Mir ist das egal. Okay, okay, Polizei. Ja, okay. So Leute, ich würde sagen, die Kollegen fahren jetzt hinterher. Okay, dann los geht's. Ich würde sagen, wir halten uns auch ein bisschen an den Regeln. Jo, Kollege. Nicht über Rot. Da ist schon wieder ein SEK Einsatz. Ich hasse das. Wir tun einfach so, als wäre nichts und fahren dann ganz gechillt vorbei. Bitte kommt jeder durch ohne. Nein, 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 Kollegen, nein, 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 nein. Nein, die sind so nervig. Egal, Mann, ich wollte einfach ganz normal in die Jagdung, die dumme Polizei. Egal, ich würde sagen, ich warte schnell, bis alle angerückt sind. Da sind schon alle. Dann werden uns als Polizisten an. Okay, okay. Wir fahren gemeinsam. Gemeinsam. Kollegen, Alter, die laufen ja weg. Wer will fahren, frage ich mal. Wer fährt? Wer fährt? Wer fährt? Wer hat Kollegen? Kollege, hm. Warte. Ich fahre. Egal, warte, ich hole uns jetzt mal kurz den Sprinter ausser, wo gefühlt 60.000 Leute reinpassen. Kommt rein. Du kannst ja nachfahren. Alle rein. Okay, wir sind jetzt eins. Warte. Ups. Okay, Maxi, F. Okay. Komm. Warte, ich muss den kurz hören. Ja. Ja, okay, er fährt hinterher. Passt schon, er fährt da hinterher. Also, wir sind eins, zwei, drei. Äh, aber wir sind nur zu dritt im Auto, oder? Nein, ich vier, fünf. Das passt. Nein. Hä? Nein, warte. Doch. Okay, sorry. Okay, wir sind zu fünft. Also, wir haben niemanden. Warte. B. L. Na, B. L. aus. B. L. bedeutet Blaulicht. Danke, Kollege. So, wir fahren jetzt mal herum. Hoffen mal, dass nichts passiert. Äh, jemand hat den Notruf abgesetzt, aber wir rücken jetzt jetzt mal nicht ein. Also, wir wissen nicht genau, was los ist, deswegen rücken wir auch nicht ein. Okay, ich würde sagen, wir parken jetzt einfach mal hier. Guck mal, was hier abgeht. Kannst du meinen AST-Namen verlinken? Dann, was? Äh, ähm, wie heißt er? Ups, ist er? Äh, der Kollege brettet ja rüber. Aber ich würde sagen, alle, alle absetzen. Ja, ja. Okay, ich verlinke danach sein Video in den Beschreibungen. Ja, okay, L. F. G., äh, L. F. Beruhig dich. Nein, 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 Waffen weg, Waffen weg. Ich würde sagen, wir rücken jetzt mal zur Bank ein. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier hin und schauen, dass nichts hier passiert. Wo ist denn unsere ganze Gang? Also, hier eins. Alter, der soll aufhören, die zu täten. Mann, die hat sich schon wieder nicht als Polizisten angemeldet. Äh, äh, äh. Naja. Wo sind denn die Kollegen? Alle, die zur Gruppe gehören hierher. Die Kollegen sind mal leer. Okay, F für Christiano. Äh, Christiano füllen wir weg. Der spielt leider nicht mit, aber egal. Er kann auch da bleiben. Flo ist hier. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Tresor mit der MP und verstecken uns alle in den Tresor. So unnötig. Okay, haben wir hier alle? Ja, äh, sie da. Äh, 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 äh. Lass es. So, ich hoffe, sie lasst es und so. Lass es, äh, sie, lasst sie. So macht keinen Faxen. Lass sie. So, Leute, äh, äh, was ist... Maxi kommen her. Lass es, Leute. Aufhören. Lass es, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal weg. Eigentlich muss ich das Mädchen ins Gefängnis bringen, aber... Ich will jetzt nicht mal so sein. Und wenigstens kommt sie mit uns. Ist dann gut, der Kollege kann ausser. Schnell rein, aber doch. Mann, der soll sich das lassen. Komm, rein. Einsteigen. Rein, so. Andere Seite. Ah, passt. Nein, rein. Bleib einfach drinnen. Mann, da ist kein Platz. Na doch. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal weiter. Ich weiß nicht, was diese Kollegen hier für Unsinn anstehen. Hier ist kein Einsatz. Ja. Der macht Warnblinker an. Ich würde sagen, ich mache auch den Warnblinker an. Ich weiß aber nicht, warum, aber... Ups. Auto stehen. Ja, komm, hub noch mehr. Ja. Content und Fade. Ups. Wartet mal. Kommt einer, nein, nein, nein. Der Ronaldo kommt nicht einer. Kommt alle... Mann. Egal, lass mal Ronaldo mitfahren. Ist jetzt nicht so schlimm. Bro, bye. Was? Wärts um die Rückenrichtung Tanke an? Der eine ist schon wieder gerade. Der Pistols-Kollege. Komm und Fade. Ich komme jetzt schon. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss einfach aufhören. Nicht aussteigen, wenn ich aussteige. Drin bleiben. Kim, warte mal. Ist es jetzt ein Polizist oder nicht? Was will denn der? Ja, Polizist. So, dann scheiß lassen. Kommt einer. Kommt rein. Haben alle, ja. F, nein, F, nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht wieder einklemmen. F, rein mit dir. Endlich. Okay. Der Kollege wird vor... Ey, Freundchen. Wohin geht's denn da? Ich würde sagen... Sollen... Wir... FW... Und jetzt? Ja, wer hat das geschrieben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der eine da will. Aber okay. Ey! Der Mathe springt da. Der... Bei dem tickt's glaube ich immer ganz richtig. Aber lass mich, das ist egal. Ja, äh, kann sein, dass sie wanted ist. Okay, wahrscheinlich... Ja, sie kann bei mir mitfahren, meine Schwester. Ich warte noch, bis kurz er kommt. Ja, warte ganz kurz. Ich muss noch warten, bis Heli kommt. Ist schon besetzt. Muss beim anderen mitfahren. Okay, warte. Ja, okay, passt. Er fährt. Ey Mercedes! Ich will das... Kollege bitte nicht überholen. Äh, nicht... Äh, vor mir. Ich hoffe die... Wir geben einfach Gas. Nein! Ey! Ey! Ich hab gerade fast jemanden umgebracht. Okay, um ehrlich zu sein... Ja, er ist schon tot. Nein! Was hat denn der Kollege angestellt? Was haben wir wieder alle? Der kann gerne ruhig vorfahren. Passt schon, ich überhole das. Also... Vielleicht sogar unfallfrei, aber diesmal nicht. Äh... Ich fahr mal als Notarzt. Zack, ich fahr mit dem BMW nach... Äh, nicht BMW. Ich fahr als Dings da. Obwohl, schuldig als... Nein! Ich fahr sogar als Einsatzleitung. Samy, äh... Ich fahr als Einsatzleitung da. Vorüber Einsatzleitung bin ich. Jetzt Einsatzleitung. Okay, wir machen alle... Ähm... Alle... Leute... Mir... Nach... Bin... E... L... W... Im... BMW. Ey, Kollege, komm schon! Ey! Da! Mädchen! Hier du! Die soll dich jetzt mal anmelden als Polizist. Komm jetzt! Keine Zeitverwirbelung. Schnell jetzt! Mach schnell FW hier rein. Und als da! Hier! Und jetzt ist Feuerwehr einfach. Und jetzt einfach schnell mitkommen. Ja, mitkommen jetzt. Junge! Was geht hier ab? Hier im BMW! Ja! Rein! Einsteigen! Mann, was ist denn da für schwer rein mit dir? Rein da! Ja! 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 Also, wer sind diese ganzen Leute? Wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Sind das alles von uns geflogen? Ich packe jetzt einfach mal hier auf die Seite. Bleib doch stehen! Nein! Ja! Ich bin ja... Also... Nein! Ey, Kollege! Warte! Hier! Da! Fahr! Kim, ich gib zu Gericht, ob ich kann ich vorfahren. Wer ist der? Achtung! Wer ist das? Okay! Was? Okay! Schnell! Was? Schnell! Wir haben nicht mal einen Einsatz. Wir fahren einfach Streifen. Okay! Ich werde hinter mich schauen. Die einrahmen sich gegenseitig. Der EW macht Faxen. Äh... Hier! Uiuiui! Pff! Fahren wir Streifen? Eigentlich fahrt die Folge nicht Streifen, aber gute Frage. Ja! Halbweg... Wie? Was tut sie? 11! Äh... Ich sage immer 11! 11 war der andere Wahn. Ja, wir fahren Streifen. Ich frage mich nur, wer sie eingestellt... Wer hat ihnen den Führerschein gegeben? Der RTW? Er knallt irgendwo hin. Och, wusste ich doch. Super! Was tut... Nein! Super! Jetzt spiel... Jetzt spiel ich schon wieder ab. Nein! Jetzt spiel ich nicht ab. Nein! Jetzt spiel ich nicht ab. Jetzt spiel ich glaube ich ab. Komm schon! Ja! Abgeschürzt! Ach egal! Gestern wieder einer! Ich hoffe, die Dingskollegin schreibt schnell, dass ich gleich komme. Die sollten noch hier bleiben. Sollten Sie schon einfach hier bleiben. Ich glaube nicht, weil ich schreibe ganz schön in den Chat. Komm schon! Sollte jetzt nicht gleich gehen. Hallo! Ja, jetzt! Jetzt! Ich schreibe einfach Maxi. Bleibt wo ihr seid. Ich komme. Ich hoffe, jeder ist jetzt da drüben. So, dann muss ich gar nicht... Nein, falsch! Ups! Hä? So, jetzt! Dann drücken wir jetzt wieder ganz schnell ein. Hallo! Ja, ich bin hier. Ich komme gerade wieder zu euch. Ich weiss, ich habe gerade kein Voice Chat ein, aber trotzdem. Ich sage es einfach jetzt schon mal zu. Hier ist noch immer die Absperrung. Ich verstehe noch immer nicht, was hier los ist. Aber ich bin jetzt schon eh bei denen. Ich bin jetzt auch unten bei der Kurve. Ich hoffe, die stehen da noch. Ja, sehr gut machen die das. Nein! Boah! Bin wieder da. I'm back! I'm sorry, Internet. Juhu! Freut mich, dass es dir freut. Was sollen wir tun? Nicht schlimm passt. Wie lange die Aufnahme schon? Ja, das passt schon. Nicht schlimm. Ist egal. Ja, ich war ja aber... Was genau? Egal. Was? Wo? Was? Ah, einer muss leider auf. Okay. Bis dann. Tschüss. Bisschen verschrieben, Kollege. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mich auch verschrieben. Ciao. Okay, tschüss. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Und er ist schon weg. Okay, ähm, was sollen... Was tun wir jetzt? Wir haben noch fünf Minuten. So jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich fragen. Wetter äter wir eigentlich? Okay. Okay, wir sind... Ich... Ich... Was? Ich... Ah, ich habe so Golddingen hier an der Seite. Ähm... Hemm... 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 M... Ah, ich habe versteckt. Ähm... So, warte bis eins von... Ja. Ja, okay. Ich würde sagen... Äh... Äh... Noch fertig. Nein, ich bin der andere. Hinter dir. Hier. Rein... Ah, nicht da. Nein, äh... Da. Vorne ist nicht die Tür. Da ist die Tür. Ja. Äh... Schön, dass der NF sehr gut auf mir wartet. Der Ehle wird es macht auch gut. Ähm... Ich... Bin... Okay, einsatz. Diese Sirene nervt mir jetzt schon. Wir geben sofort ein... aus, dass wir eindrücken. Kollege! Sorry. BMW ist auch hier. Ja. Kleiner Unfall. Ich hoffe, BMW kommt. Ja. Kleiner Unfall. Am Eintracht hat er eingetroffen. Wir beginnen mit dem Löschaufzug. Äh... Standort geteilt. Gut. Äh... Hier ein Schlauch verbinden. Nein, nein. Äh... Ähm... Hier. Schlauch. Wenn du den dabei hast. Egal. Äh... Dann nimm das da. Wenn du das dabei hast. Einfach... Irgendwie... Wo was. Wie. Egal. Das passt schon. Ähm... Wir vers... Ich... Ich hol mal Verstärkung bitte. Eko bisschen her. Ah, da vorne haben wir ihn schon. Passt. Ah. Wie kommen die da einer? Okay. Wo ist die Feuerwehrfrau? Äh... Vielleicht ist es connected. Egal. Wir fahren Richtung Feuerwache wieder. Alle... FW... Wache... Ich... Bin... Der... Erste... Der... Fahrt. Weil ich bin der höchste Rang glaube ich. Es hat zwar nichts mit dem Rang zu tun. Aber nur so einfach. Okay. Die sind einverstanden. Wenn es dann... Wenn es einverstanden... Wie kommt denn der Kerl da durch? Wo ist der NF? Schauen wir kurz wo der NF ist. NF... Ah, hier. Krass. Ähm... Wo bist du? Ah, ähm... Ja... Äh... Ja... Äh... Leute... Wir... Ähm... Ich komme gerade schon zur Feuerwache. Bin disconnected. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir kommen jetzt sowieso. Ausversehen. Ja, das kann man nicht ausversehen. Das ist einfach so. Das ist aber nicht so schlimm. Ist mir auch passiert. Sorry, das ist nicht so schlimm. Alles gut. Ey, der Kollege der grünen VW hat richtig schön Vorrang für uns geleistet. Finde ich sehr korrekt von ihnen. Ich bin jetzt hier. Gut, hier steht sie auch schon. Mann. Wo? Wir sind hier. Komm, schnell einer. Schnell einer. Komm, schnell. Äh... Geh nur durch die Feuerwache durch. Passt schon einfach... Äh... Bisschen... Neuer. Komm, einer. Gut. Dann will ich sagen... Nein, bitte! Die Polizei versperrt mir genau im falschen Moment den Weg. Stopp. Okay, Leute. Wartet, ähm... Alle... Hoch. Wir laufen jetzt mal ganz hoch. Weil oben wird jetzt... Ich würde sagen, wir gehen hier hin. So, die erste Person haben wir schon. Mit der komischen Maske der Welt, egal. Einfach hinstellen. Da. Neben mir. Warte. Neben. Mir. Alle. Hoch. Warte. Allerdings bleibt mal hier. Kommt. Wo ist denn der NF? Sollte mitkommen. So. Nicht in die Besprechung... Ah, egal. Von mir aus. Ich würde sagen... Ähm... Wartet. Hinsetzen, bitte. Boah. Boah. Hat mich richtig erschreckt. Okay, hinsetzen. Hinsetzen, danke. Okay. Also... Ähm... Last... Video... Beenden. Es war ein... Cooles Video. Los, los. Hab... Los, los. Ja, was? Okay, okay. Kommt. Kommt. Herr. Wir stellen es hier daneben. Weil ich versuche genau den Tischkant zu stellen. Dann... Dann... Kommt... Gl... Ja... Tm... 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 Not Harder Roblox. Tm.. Tm... Tm... Und ja, ich würde sagen, wenn es auch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.